Hallöchen! Mit Doppelöchen! Da sind wir wieder. Und zwar machen wir heute eine Woodle Challenge, die es in sich hat. Es wird sehr heiß. Wir hatten nämlich letztens die Diskussion, wer schärfer essen kann. Angeblich sind es die schärfsten Nudeln. Angeblich sind es die schärfsten Nudeln. Das werden wir prüfen. Ich bin eigentlich kein Mensch, der gerne scharf ist. Lecker scharf, ja. Alles andere, was zu scharf ist, finde ich widerlich. Sieht meine Frau ein bisschen anders. Die isst irgendwie wie früh alles. Aber das werden wir sehen. So, wir machen jetzt erstmal hier dieses ganze Chili-Zeug rein. Und dann werden wir sehen. Meine Frau hat die Nudeln hier schon vorbereitet. Ihr könntet mal sehen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Keine Werbung an dieser Stelle. Also wenn einen Rabattcode jetzt hier von 10% erwartet. Fehlanzeige. Dieses Ding, den ich nicht habe, hat schon so eine Schäbe, oder? Ich mach das. Aber hier nichts hier. Alles, ne? Alles reinmachen. Alles. Ich mach ja schon alles. Ich bin ja so wie du. Ja, dann mach mal alles rein. Ja, ich guck bei mir selber. Ja. Hier, guck mal, das habe ich extra für... Geht was, ne? Geht nicht auf. Geht nicht auf. Ja, geht nicht auf. Ich hab mir extra meine Hände einkriegen. Und... Oh, das wird jetzt hier scharf. Das geht nicht auf. Komm, ich hab's... Es gibt hier... Guck mal. Das hier. Ja, mach mal. So. Mach mal. Männer. So. So. Oh Gott, ey. Also lecker sieht das nicht aus. Okay. Okay. Egal. So, wir haben natürlich auch einen tollen Wetteinsatz. Und zwar der Wetteinsatz, wir haben gesagt, dass ein Tag lang derjenige alles machen muss. Einfach nicht eins. Also kein Nein. Nein. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Frau sage, ja, du hast doch Lust, mir jetzt das und das zu kochen, dann darf sie nicht Nein sagen. Obwohl ich das sowieso mache. Was heißt da? Ja? Wenn ich das sehe, guck mal, Leute. Guck mal. Also lecker ist das. So. Okay. Ja. Also wenn ich das sehe, dann heißt das Alarm im Darm. So. So. Es brennt bestimmt zweimal. Egal. So. Gucken wir mal. Wollen wir essen? Ja. Also wir haben gesagt, wer die am schnellsten essen kann. Nicht schnell, aber wer sie überhaupt essen kann. Willst du eine Stunde im Video machen? Nein, aber du kannst ja... Es mal erstmal, bitte. Es mal. Es mal. Okay. Wir fangen an. Oh. 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 Ja, probier mal. Oh. Wer Wasser trinkt hat verloren, ja? Nein, nix wer Wasser trinkt hat. Jeder hat eigentlich was Wasser. Mach nicht diese Filme. Wer Wasser trinkt hat verloren. Was ist los? Mach doch nicht diese Filme. Wer Wasser trinkt hat verloren. Oh Gott. Ja, sonst... Hallo? Was ist das von mir? Ey. Wir schaffen. Ja. Entschuldige mir, über esse ich sonst nicht, ja. Aber wenn ein Tag dir alles entscheiden darf, kann ich nicht zulassen. Und ich grüße den an die Brüder raus. Die wissen genau, was ich meine. Warte. Kann man nicht mal einen kleinen Schluck nehmen? Oh. Oh. Regal. Wie weit? Ich bin fast fertig. Ich ziehe durch. Wow. Trink, trink. Nein, nein, nein. Trink nicht. also wer scharf ist okay aber es brennt so sehr an der lippe ich glaube du kannst auch aufgeben wir bleiben eine stunde hier wir wollen ja nicht dass das Video eigentlich schon hin geht nein nein kannst du auch aufgeben ich gebe nicht auf egal Schatz, willst du sagen, dass du gewonnen hast oh Gott ich hoffe es hält nicht weiter es tut weh tut mir weh ich habe nicht mehr viel heute ja ich habe mehr passt du Schatz, ist nur ein du hast gewonnen ich ziehe ihn gerade noch durch ich habe reich, reich, ich trinke jetzt was kommt, wir trinken jetzt du hast gewonnen er stirbt, hauptsache er gewinnt ja, nee ich liebe Schafen aber ja wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da abonniert unser Kanal und kommentiert mal ganz schön wir sagen bis dann Leute bis dann tschüss tschüss tschüss